hallo und herzlich willkommen ich mache heute ein schönes pack opening knappen monat gespart also 25 tage 28 tage war aber sauer aktiv habe jeden monat ab jeden tag jeden monat wahrscheinlich aber events übel durchgehustelt da kam auch glücklicherweise ein paar schöne events wo ich ordentlich schrift reingezogen habe mit unter ich habe sehr gespart ich habe sogar geschafft zum ersten mal die dinge hier voll zu machen da war ich dann gerade im shop ein bisschen aktiv abflucht gekauft und nicht weiter um den heißen brei herumreden fangen wir hier an fix hier die kleinen mal erst gleich macht man die einzelne macht man die alle machen wir mal so einen 10er takt ja ganz okay könnte man fast mit arbeiten ich suche sehr für lichtträger noch mal hier ja da wird jetzt eh nicht groß was droppen ich gucke trotzdem wegen lichtträger nebenbei der war nicht sogar hier irgendwie die scheiße und schon geht's los dann müssen wir erst mal hier ja 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 sollte alles passen mein mini ja perfekt perfekt so machen wir erstmal den hier erstmal alles abholen dann geht weiter wenn man so schwule ist ach schade vielleicht kann ich dann endlich mal ein paar andere upgraden die ich sonst nicht so benutze die machen wir einzeln actually joa nice den hatte ich glaube ich witzigerweise noch nicht mal ja nice für meine grapschboss kombo wäre das sehr geil weil ich habe da bisher nur below sowas wie vladimir und sowas drinnen sie ist auch sehr op aber ich habe sie leider noch wenig verstanden bisher aber irgendwie werde ich immer zerschlitzt von dir auch in arena ganz schlimm ja feiere ich jetzt nicht so bin ich ehrlich schmutz schmutz ja geht ist auch gut habe ich bisher aber wenig verstanden was ihn wirklich so krass op macht dass er immer so viele schatten droppt aber ich werde von ihm zerschlitzt ganz gerne ja da dann ja die kann man so ja sind halt eben blauer nur die machen wir auch gleich so ja kann man mit arbeiten dann machen wir hier einmal pixel aufsteigen lassen damit wir hier platz kriegen jetzt haben wir gleich das problem lassen wir ihn hier einmal aufsteigen zack sollte passen sollte auch passen so jetzt kurz ein bisschen gucken das ist nichts falsches kombinierer die beiden finde ich immer ziemlich sehr wasted lol also ah ne 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 stimme da lass ich mir die möchte ich mir nämlich bald aufgestiegen machen wäre ja was so jetzt haben wir wieder einen sum bekommen haha ähm was machen wir als nächstes die behalte ich mir für einen schluss und die actually auch dann gehen wir erstmal in die taverna und machen wieder mal hier erstmal ja schade nochmal 10 komm 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 ach komm gib doch mal hibisch Kann ich denn so unlucky sein? Oh, hat er mich gehört. Was ist es? Ja, kann auf jeden Fall mit arbeiten. Hatte ich glaube ich noch gar nicht mal bisher. Obwohl, ne doch, die habe ich schon. Aus dem Feldzug habe ich sie einmal gezogen, durch Missionen mäßig, wenn es halt abschließt. Ja, bisher sehr durchwachsen, aber wir haben auch noch eine Menge Thumbs. Da kriegen wir noch was raus. Da glaube ich fest dran. Ja, nochmal hier. Oh, ja, 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 oh, noch einen gleich. Oh, das ist gut, das ist gut. Nur noch einmal Schmira. Obwohl, eigentlich hatte ich nicht schon mal noch eine Schmira gezogen. Vielleicht kann man sie sogar aufgestiegen jetzt machen. Wenn ich mal so drüber nachdenke. Das wäre geil. Gleich noch mal nebenbei hier nicht nur Pack-Opening, sondern gleich noch aufgestiegen machen. Auf ganze Zeit. Dann hätte sich das ja gelohnt zu fahren in Monat. Ja, 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 ja. By the way, falls ihr sowas noch mal sehen wollt, lasst ordentlich Feedback da. Da würde ich mir das noch mal geben. Weil das Delay dann schon über den Monat. Aber wenn das ordentlich jetzt hier reinzimmert, dann wäre ich das gerne noch mal machen. Da. Oh, ja. Oh, gleich noch mal. Komm, komm, komm. Noch nicht einmal gehabt und gleich so unwahrscheinlich wie es ist, gleich zweimal gezogen. Gib ihm. Also wenn das nicht ein Zufall ist. Actually, ich werde dann gleich erst mal gucken müssen wegen Tempel des Aufstiegs. Ja, weißt du, kaum sage ich es, passiert es auch gleich. Es ist halt, wollte ich nichts zu sagen. Mal gucken, wenn wir nichts Falsches hier reinzuhaben. Dafür ist mir das dann doch zu viel Zeit gewesen. Lol. So. Hmm. Ja. Zack. Ah, ich finde auch noch ein Schmirror. Shit. So, wen upgrade ich? Gibt sie hier? Obwohl ich ihn jetzt denke, auch nichts finde. Ja, lassen wir machen. War ich auf Stream. Denken wir gar nicht drüber gewusst nach jetzt. So. Ne, auch egal. Lote Taverna. Ähm, wo haben wir? Hier. Ist halt echt heftig. Wie viel du halt einfach ziehst, dass du dann halt deine Slots wegmachen musst. Okay. Jetzt haben wir hier einzeln nochmal. Uts. Uts. Komm, gönn doch wenigstens blau. Damit kann ich was anreißen. Ja. Ja. Mit Abschluss bin ich jetzt gerade gar nicht der Fan. Lichtträger bin ich gerade sehr am Harzeln. Komm, gönn. Noch nie gespielt und habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber sieht OP aus, tatsächlich. Wenn sie ja manchmal reinultet. Kann man auf jeden Fall so sagen. Bei Porträts habe ich jetzt, glaube ich, was verpasst. Den hier nämlich. Kannst du Diamanten einstecken? Gar nicht weiter Zeit mit Vertrügeln. So. Taverna, was noch als nächstes wird. Machen wir die Freundschaftspunkte. So. Da haben wir auch 60 Thumbs nochmal. Hier sollen, äh, der Legenden nach sind nicht so gute Sachen drin sein. Aber. Vielleicht können wir das Gegenteil anweisen. Aber bisher habe ich da auch noch nie großen Skullis gezogen. Vielleicht sehe ich alle höchstens 5 Epische oder so. Hoffentlich jetzt schon ein kleines Weilchen. Oh. Einfach beschweren. Ich sag's euch. Ja, okay. Schon bad. Aber einfach beschweren. Dann kommt's ins Sinn. Oh. Warte mal. Ja, drei Punkte. Dann hätte ich halt nochmal einen 10er Sum machen können. Doof. Dann summen wir das Ganze nochmal einzeln durch. War klar. Scheiße. Ja, ja. Ich bin sogar schon actually froh, immer wenn ich bei den Punkten hier einfach blaue nur bekomme. Mit den grünen kriegst du zwar Crafting Material, kannst du auch was mit anfangen. Aber es dauert so lange, bis du damit was anfangen kannst. Nämlich lieber die ganze Blaue zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aktiv Gravert auch was spare. Aber hier erstmal. Mal kurz per Tempel des Aufstiegs. Schlumm. Schlumm. Aufstieg, schlumm und noch mehr. Uff, was ist denn hier? Ach, die hier. Okay, mach mal. Mach ich aufs Stream. Oh, kriegen wir hier jetzt genügend Diamanten? Äh. Schade. Nochmal dran hatten und dann hätte ich da was bekommen. Also, tausend Diamanten. So, fangen wir mal an. Nee. Nee, ist nicht wahr. Scheiße. Oh, nee. Ich dachte jetzt, kann ich ganz entspannt hier meine Dinger durchhafeln. Ach, das ist jetzt blöd. Dann machen wir doch so hier. Schade. Schade. Jetzt kann ich mir dann da immer da die Dinger durchwechseln. Okay. Sehr OP meiner Meinung nach. Da seine Ult einfach mal so komplett gefühlt ein halbes Team zerlegen kann. Mitunter. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber in manchen Testmodi sehe ich ihn oft und ist ganz schön hart, der Junge. Ist aber eher so ein Solo-Carry-Ding und in so einer Team-Comp, was das Spiel halt eben ist. Eher schwierig dann. Aber er ist gut. Das möchte ich nicht bezweifeln. Oh ja. Fünf in a row. Und blau. Perfekt. Schon aufdecken. Ja, Lücker, Lücker. Nice. Nochmal hier 10er. Oh ja. Jetzt läuft's. Ja. Gut, 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 gut. Dann können wir sie auf Legendär-Plus sogar machen. Ich hatte sie gerade mal bisher einmal, vorm Anfang. Dann kann ich sie gleich einfach mal schon übel boosten. Vielleicht nehme ich sie sogar in die Team-Comp mit rein. Ja. Platz schaffen. Yay. Langsam müsste es echt eng werden, ja. Ja. So, weiter. Perfekt. Oh, gleich noch ein epischen. Und? Oh, Lucius richtig. Oh, noch rein. Alter. Nomura, geil. Oh. Das war ein richtig geiler Roll, weil das ist jetzt meine Plus. Das hier könnte bald mein, ähm, aufgestiegen Plus sein. Und sie habe ich dann auch bald auch aufgestiegen hier. Noch ein, zweimal. Alter. Da, das freut mich. Oh, gleich noch einen. Jetzt läuft hier bei den letzten Thumbs. Oh. Noch einen epischen. Oh, der ist auch richtig gut, der Junge. Oft gesehen. Leider nicht verstanden, weil man ihn noch nicht hatte. Haha. Alter. Also, gerade läuft, muss ich sagen. Wenn das mal so wäre, wenn man einzeln reinzumpt, äh. Das wäre doch mal was. Ja, ja, ja. Okay. Machen wir weiter. Schade. Aber wir haben schon eine Menge Glück gehabt, so. I don't judge. Aber ein paar epische wären noch drin safe. Oh, ja, ja. Immer beschweren. Oh, okay. Dann haben wir ihn hier gleich auf eine Stufe höher. Komm, 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 komm. Na? Mhm, mhm, mhm. Jetzt müssen wir gleich wieder hier Ding. Alle aufsteigen lassen. Oh, ja. Und, was ist? Was? Ach, der! Ja, oh, den haben wir ja gleich auch verbessert, dann. Den haben wir übelst schwierig zu lesen, ah. Oh, ich habe keinen Diamanten mehr. Ups. Aber er hat sich nicht drauf geachtet. Ah, ich weiß gar nicht. Möchte ich jetzt... Ah, komm. Leiß drauf. Scheiß auf die Effizienz. Einfach fürs Video. Ja, komm. No. Ein Ebel schneller ist noch gönnen können. So, Lichtträger, wie immer. Weil ich eine sehr heavy Lichtträger-Kombo spiele. Oh. Perfekt. Den haben wir jetzt auf aufgestiegen plus. Das wird gut scheppern. Was haben wir noch? Rosaline. Actually, ich kann sie dadurch jetzt einen Stufe höher bringen. Irgendwie so. Ja, 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 ja. Passt alles. Gib ihm. Perfekt. Aufgestiegen plus. Und im Video sogar. Und on stream. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich stream ganz gern. Ich stream auch jetzt gerade nebenbei, aber... Erstmal, das Video hat Vorrang. Warte mal. Ist nicht wahr. Den hier war. Der war in ja. Ich hab genügend Backline. Ich kann sie nochmal? Warte mal. Wie? Ach, stimmt. Oh mein Gott. Legit. Ich hatte sie vorm Stream nur einmal. Jetzt ist sie auch mythisch plus. Müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt sieht so ein... So gefühlt das zweite Mal. Auf einmal habt ihr ihn schon so übel verbessert. Das knallt auf jeden Fall richtig. Machen wir hier auch gleich hoch. Den Jungen. Der easy. Frisch gezogen. Machen wir. So. Ihn will ich auf jeden Fall höher bringen. Obwohl. Werde ich hier on stream dann ausknoblen. Ich glaube, das wird ein ziemlich langes Video sogar. Actually. Hoffe ich mich sogar bei. Also ich... Tue hier und da mal hängen. Aber... Wer hat's denn das jetzt hier? Gib ihm. Komm hier. Ein paar epische. Oh ja. Action Rosaline wäre geil. Schade. Roven. Roven finde ich nicht ganz so geil wie Rosaline. Tatsächlich. Auch wenn sie AOE-Glär-Würg-Energie ans ganze Team verteilt. Finde ich Rosaline irgendwie opair. Die halt... Die halt... Wie so ein kleines Küchenmädchen da rumrennt. Lol. Klingt jetzt ein bisschen... Ähm... Ein bisschen abwertend ist. Aber nicht echt schlimm. Kreidet mich das bitte nicht an. Weil... So. Einzel zusammen. Weiß da einer mehr. Nervig. Einzel zusammen. Aber wir machen's. Oh geht ja. Hm. Oh ja. Komm. Rosaline. Komm. Lucius. Ich weiß nicht wie sich das verhält. Aber aufgestiegen mit einem Stern. Ob man dann wieder nur zwei Lucius bräuchte. Um ihn nochmal zu verbessern. Aber... Ich glaube es war so. 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 Dann machen wir erstmal. Weil ich genau weiß. Das wäre jetzt eine Menge Punkte. 31.000. Ei. So. Dann gucken wir hier gleich nochmal ein. Lol. Und da werde ich jetzt hier nach der Aufnahme auf jeden Fall nochmal nachziehen. Wie viele Thumbs das genau waren. Weil jetzt hier so einiges mehr dazu kommt. Sind wir schon gar nicht bei 480. Wie ich eigentlich eingeplant hatte. Lol. Komm. Wer ist es? Hatte ich auch noch nicht bisher. Weiß ich aber nicht was ich von halten soll. Ich verstehe eine Menge noch nicht in diesem Spiel. Weil es auch sehr viel Stuff ist. Aber. So hier. Aber alle fünf. Okay. Aber wieder ein bisschen was zum Aufsteigen. Ja. 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 Was machen wir anderen. Wann anders. So. Hier wollte ich ziehen. Mal haben mal 10. Ein bisschen Glück könnte man hier den Jackpot ziehen. Ja. 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 Auf jeden Fall. Ich hätte es tatsächlich ganz gerne sehen. Im besten Fall sogar wirklich zweimal. Ja. Gut. 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 Aber ich weiß nicht wie oft man sie ziehen kann. Wahrscheinlich nur sau selten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen. Aber. Jetzt haben wir wieder some Material bekommen. Ja. Nicht schlecht. Ja. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Gott damn. Wie viel man hier noch so nebenbei dazu bekommt jetzt. Und Brutus actually habe ich jetzt gerade geskippt innerlich. Ist auch nicht schlecht. Brutus. Weiß ich immer nicht was ich von halt was. Aber I mean. Ich habe jetzt gefühlt einfach mal doppelt so viele von den ganzen. Also von den ganzen normalen. Von den besseren Champions gezogen. Ah. Hier kurz. Ein paar blauer. Lol. So. Jetzt können wir wieder was ziehen. Geht ja nicht. Schade. Ja. Komm schon. So. Im Shop. Aber hier noch was. Gilde. Nein. Da. Auch nein. Auch nein. Schade. So. Können wir jetzt noch irgendwas krasses upgraden. Alla. Hör auf. Aufsteigen. Wir bringen sie mal höher actually. Habe ja genug Material. Achso. Außer vollständig. Ups. Amor weiß ich noch nicht. Möchtest du mir auch aufgestiegen machen. Deswegen lassen wir das erstmal hier so. Und. Oh. Vielleicht kriegen wir nochmal tausend Diamanten. Ja. Was ist jetzt doof. Vielleicht hätte ich länger warten sollen. Ah naja. Ich habe es ja erst bekommen. Nachdem ich reingesummt habe. Heißt also. Nochmal rein sum. Oh man oh man. Sieht sich aber auch hier alles. So. Soll das jetzt auch gewesen sein dann. Ja. So. Dann würde ich sagen. Sind wir auf jeden Fall um einige Champs reicher. Lol. Porträt. Oh. Kriegen wir noch einen Thumb zusammen. Komm. Gib mir Geschichte. Perfekt. Noch ein Zahn. Probierte Taverne. Ah. Perfekt ist es immer. So. Zack. Schade. Ein. Ein bisschen noch. Nein. War auf jeden Fall. War ordentlich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt. Haut. Lasst gerne ordentliches Feedback da. Dann werde ich mir noch mal die Pein geben. Um das alles anzusparen. War nämlich hart die ganze Zeit. Immer diese. Roten Blinker zu sehen. Dass man was öffnen kann. Aber. An der Stelle. Boah. 23 Minuten. Ei. Naja. Man sieht sich. Hauen sie rinnen. Und. Ciao.